Ich gehe zuerst zur Schmiede, weil ich neugierig bin, was der Kuckuck für die Equipment mir gibt. Beste Teip, Alter, jetzt raten wir die Sachen ja weg. Geht da hin? Ja, das Set ist anscheinem nicht so schlecht, das Zwarer mag da was. Zumindest reicht es einmal aus. Ausrüstung, Schmieden... Oh, Kuckuckuck-Set. Nein, das ist nicht genau das Wollte, was der Teipa da steht. Das Halbnockerte. Kritischer Blick, Affinität plus 3%, okay. Ah, das gibt Crit, Alter, nicht schlecht. Das ist schon cool. Objektverlängerung. Verlängert die Dauer einiger Objekteffekte. Kritischer Blick, Angriffsboost vor, Schwächevorteil, erhöht die Affinität von Angriffen, die den Schwachpunkt... Oh, ja, ja, das Set ist ja nicht einmal so schlecht. Ausdauer, Erhöhungstempo, 10%. Bis beim Transportieren von, okay. Schlecht ist es wirklich nicht. Also das mit dem Crit ist schon cool. Aber ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich nicht auf das Crit einfach scheiße, also auf das Affinität halt gar nicht mehr gehe. Nein. Und halt einfach das dann so mache, dafür halt mehr Verteidigung und so, weil ich bin ja der Beste mit dem Ausweichen. Nein. Verteidigung ist glaube ich wichtiger. Ja. Ja, zumindest für meinen Spielstil denke ich einmal nicht. Weil, ich kriege es eh nicht hin. Das ist ja das, was ich mal rauskomme. Die Waffen kann ich jetzt eigentlich... Da sind ja Funkspuren überall, ich weiß ja nicht nur noch das, was ich brauche. Ah, jetzt kann ich das Schwert schmieden. Lang, Schwarz, Stahl, Langschwert, dann machen wir das einmal nicht. Was ist denn das? Die Bertus 1, könnt ihr auch machen, Alter. Der schaut ja wild aus. Angriff 495, Wasser 240. Ich schmiede einmal das da. Hm. Zwölf da hast. Ohhhhh. Da unten war das hier, ne? Nein. Ah, Torradtieren. Spure. Wir haben genug mysteriöse Hinweise gefunden. Berichten wir es der ökologischen Forschungsgruppe. Und Expedition zurück. Eine Fußspur hat gefehlt. Aus der Seite, hm. Ich dachte, ich darf zurückkehren. Hahaha. Schön. 250 Ding, okay. Ah, das gibt Affinität als Sixes. Die ist aber auch nicht schlecht. Bist du bereit für einen Besuch bei der ökologischen Forschungsgruppe, Papa? Angriff 495. Ah, das hat mit dem Opa muss ich reden. Affinität 20%. Ne? Letzter Tanz 1. Und Schlaf 7. Zeit für Heldentaten. So. Wer muss jetzt da den Kommentar haben? Ja, er hat halt wieder den Crit. Das ist halt wirklich für das Crit dann, ja. Wer hat auch zu überlegen. Aber dazu brauche ich noch Schnabel und die Schuppe. Meldet dich zu der Questpartner. Ich habe eine 590. Es ist Zeit, dass Monster zu jagen, dass diese Spur hinterlassen hat. Das sind meine eigentlich. Aber die hat auch keine Slots und nichts. Das ist halt auch wieder so eine Sau. Der kriegt gar keine Slots bei der... Aha. Hm. Das ist komisch. Radian, Schwibbeln, Klinge, Werde. Affinität 10%. 455. Gift 277. Das ist halt auch geil mit Gift. Nö. Gift und... Explosion. Also Explosion ist halt schon cool, du. Aber eh, der Seeräuber. Alisman. Übern Klinge, Herbst. Den habe ich. Mal schauen. Radian Stachel Plus. Verweilen. Übern bisschen. Mal schauen. Was, muß? Was ist denn das? Das sind Fische gewesen. Die Gajua? Gajua. Ja, das sind die Fische. Da brauche ich die Vierer. Dann könnte ich mir Waffen verbessern. Was du jetzt hast? Hier. Stufe 5. Schauen wir mal, dann schreib uns das auch, was der Mama fährt aus. Ja, machen wir es schnell. Nein, was wollen wir jetzt? Ich weiß aber gar nicht, was wir machen müssen jetzt. Ja, jetzt müsst ihr mit dem Kommandanten reden und dann müssen wir die neue Welt nehmen. Jaja, das habe ich schon so alles. Und dann, wenn du vorher deine Waffen verbessern kannst, dann verbessern wir doch wieder die Waffen. Ja, nein, ich habe ja nicht andere Waffen, nein. Ich möchte nur wissen, was für Elemente er hat. Schnell der Rat, ich warte mal. Ja, aber die Gajau haben wir ja schnell erledigt. Die sind ja da drüben mit der... Was ist das Ding? Nein, ich kann nur schauen, ob ich meine Ausrüstung ändern. Ob man sich überhaupt an Waffen hat. Schau, da hat schon wieder wer... Ach, schau, jetzt hat der eine Quest da auf einmal. Schlimpf, komm, schlimpf. Okay. Ich muss mich beruhigen, ich muss mich beruhigen. Ach, ich kann mich nicht beruhigen. Hast du gehört, die Kantine werden die Zutaten knapp. Der Schöpkoch lässt vor seinem Lager schon den Kopf hängen. Ich, ich bevorzuge den Weg und nicht so sehr das Ziel. Ich kann meine Hände nicht stillhalten, bis alles seine Ordnung hat. Mhm. In sein Haus zackert. Wenn du einen alten Mann unter die Arme greifst und mir ein paar Dinge aufzutreiben hilfst. Ich schreibe eine Lieferanfrage für dich aus. Erweise mir die Ehre. Aha, was warum? Großes Gajau-Bata, siehst du das? Mhm. Großes Gajau-Bata. Das sind die Fische. Ja. Ist nur Gewalt. Ja. Dann hab ich jetzt eine Quest. Für mich. Und dich. Eine Lieferung. Das ist die Optionale noch eine. Moment, ich muss noch mal schauen, ob ich vielleicht so eine drinnen hab. Ja. Ja. Das ist ja eine Optionale drin. Ja. Ja. Aber ich kann ja Dinge haben. Hab ich aber nicht. So und Optional meinst du, ist das drin. Neue Quest bekannt machen. Und? Und? Optionale Quest. Ja und der Optionale Quest. Was ist denn das schwer zu verdauen? Ein Jager einen großen Jager. Floss nicht bewegen. Ein Jager Andernat. Weg mit dem Flossen. Ein Jager ein Kuh über Kuh. Ja. Ein Jager einen Barad. Kreativ in der Öl. Ein Jager einen Juryathos. Na, ich hab dir schon alles abgeschlossen eigentlich. Also die da. Ja, ich hab das. Da ist nichts dabei. Ja, ich hab das. Na. Ist das Event-Quest? Da ist es auch nicht. Event-Quest. Na. Hm. Da ist der U-Karat. Was? Das kann man gar nicht machen. Warum ist das da drin? Also. Na. Hast du was gefunden? Na. Man will keine Nächsten sein. Ganz normale Ding machen. Expedition oder so? Hm. Hm. Moment. Moment. Ich weiß gar nicht. Wollen du beitreten bei dir dann? Ja, sehr. Wenn ich Ding mache... Achso. Ja, 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 ja. Notsignal. Hm. Töte Kästodorn männlich. Siehst du, dann nehme ich das einfach mit und dann passt es. Hm. Dann können wir das Quest morgen verdienen. Ja. Genau, Gold einer drum. Quests bekannt machen. Untersuchung. Abschließen. Und die sind beim Wasser drüben. Das heißt wir müssten aufs... ...11er Lager wieder. Hm. Aufs 7er und dann um... Ich geh jetzt vom 7er... Äh vom 6er aus um... Ja. Was das vor rein nehme ich dort wieder. Geht schon? Jo. Aufs 8ern. Hier endlich kommt. Megaacke. Jetzt wird. Hörp. Hörp. Hörp dich, Ch лич. Aha. Du bist besetzt, ne? Ja, das ist schön. So. Thomas. Wo kannst du fischen, gell? Ja, ich brauch nicht fischen. Ich weiß nicht, dann muss ich mal schauen, wie das geht. Eingelass ich und dann geht schon. Schatz, kann ich Erdkristall 2, 2 und dann ein Lichtkristall, dann kriege ich 2, so. Wieso das? Was? Ah ja, schau ich an. 2, 2, 1. Hm? Wie geht das da? Ja, dann da jetzt. Nova-Kristall. Aha. Den habe ich noch nicht gehabt. Was ist denn da? Der Paarer. Äh, was sind wir überhaupt richtig? Ja, da muss man da hin, ne? Öl-Foßzug, ne? Ja, ja, genau. Mit dem Wasser halt, dort sind wir da ja auch, ne? Gabriel. Was brauche ich noch? Ich weiß ja nicht. Ja, die Gajau. Nö. Die sind da. Im Wasser. Ist die Fangen, oder? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Und wenn du das Material brauchst, dann wirst du sie umbringen, auch keiner. Hm. Da sind sie. I-I-Under. Oh weh. Da seid ihr. Ja, was tun wir mit dem jetzt da? Daher kann ich auch schicken. Hmm. Wenn ist das? Ja... Überlebt. Schau, das Wasser habe ich schon bekommen. Ich habe eine Schuppe. Opa-lai. Ich bin weg. Aufbaut Splitzkäfix. Ja, wie soll ich da meine Fische fangen? Tschö. Tschö. Es ist ein Viecher, das nervt. Und dann schauen wir, dass wir mal wegkommen, oder? Hm. Oder sind wir zambi? Ja. Ich habe mich nicht mehr weggebracht. Ich habe es nicht mehr weggebracht. Ich habe es nicht mehr weggebracht. Haha. Oh-oh. Hoppala. Ich habe es nicht mehr weggebracht. Keine Ausdauer mehr. Ja, na. Sehr schön. Das ist ein Dachgeier. Das ist ein bisschen ruhiger. Geht's denn da hoch? Da hast du schon mal hingefangen. Hoppata. Was brauchst du jetzt von D? Ich brauch's nicht mehr. Super. Ja, ich schau mal wegen den Castor Downs. Dass die auch ihr Ende finden. So war ein jungen Kadarver. So ist der Kadarver. Ja, aber. Ja, das ist ja noch nicht. Aber ein Lebenskröte. Ja. Hoppala. Das ist da hinten drin. Okay. Ja. 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 Revierkampf. Revierkampf. Was ist denn das da? Ja. 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 Die Fische setzen. Oh oh. Mach. Da. Wie schaust niemand? Prisma, Herr Kutron. Ein ganzer Regenbogenkäfer. Und der Runge schaft hat das auch drauf. Na was? Ist das ein Prisma? Prisma? Ja, ein Käfer gefangen. Wie eine Errungenschaft. Wo war denn der? Da. Ganz oben? Da, ja. Bei dem Baum. Ist das ein Förderplatz? Ist der? Da, ja. Bei dem Baum ist er am Heck. Du musst da raufschwingen über das Ding. Dann. Ah. Wo ist denn mein Netz? Prisma? Da. Da ist ein Kaktus. So. Aber was sind jetzt die Käse da und da? Hier kommt ein Kollege. Da ist ein Kajau. Da ist ein Kaktus. Da ist ein Kaktus. Da ist ein Kaktus. Gibt es keine Fische mehr oder was ist da los? Was ist denn das die Käse der Downsdauerhäuser? Hallo? Dann kann ich fische mit der Hand an dem Tümpel. Oh weh, runter ist schon wieder. Schleimer. So. Wir pushen, wo sind sie? Wo versteckt sie? Sonst sind sie auch nicht so schüchtern, sonst rennen sie gleich mal an mit dem Schädel. Was sind das für Blöcher? Ja, ich glaub den mit dem komischen Kopf, den ich anstoßt. Oh mein, fliege. Nicht nur Fußspuren zusammenkriegen jetzt. In einem Viertel. Na scheiße. Ist das Internet eingezeichnet irgendwo? Die Viecher. Copy. Zack. So kann ich ja auch. Normalerweise sind sie ja doch irgendwo. Guck mal. Oh, schau. Okay. Und dann. Oh, schau. Und dann. Chk. So, wie ist denn du eigentlich da oben? So, das Haus davon. Kastaton. Außen. Ach ja, die rennen da herum. Völkerwanderung. Guck mal, die Geier fräsen. Wie ist denn da los? Wer fährt er jetzt da? So. So, da haben wir das auch. Davor habe ich den Wisch. Da bist du schon wieder dahin. Nein. Jetzt wird ja. Jetzt wird. Und da oben oben. Sehr schön. Schön aus. Schön aus. Ich kriege ja Hunger. Nichts? Ja, ich muss schon alles wegfressen. Ich gehe. Ja. 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 Da unten gerade ist der, wie der Mann hat. Der Wahnsinnicke. Ja. Mit Schüttelfrost. Nee. Ja. Sehr unglaublich. Hm. Der hat echt kein anderes Hobby. Geh der geschä overtime. Der peinste. Der Feuer. Der Feuer. Das ist der kleinerولi. Der Leer. Der Fenster. Der Feuer. Der Feuer. Der Feuer. Ich lebe. Als du dein Feuer. Dann gehen wir da hin. Ich fang mit ein paar Geien. Ich bin da. So. Hallo. Wie ist denn du da? Ist ja noch. Da kommt der nächste. Na. Wir gehen ruhig lang. Ja. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ist denn los? Hoppala. Wo ist das? So. Du explodierst sie. Es tut mir leid. Alles passiert. Das ist mein Gemüt. Es ist einfach so explosiv. So. Explosiv das Magazin. Ja. Und schon wieder eine Million mehr. Der Wahnsinn. kann ich dann auch reich. Mhm. Ja. Müssen wir nur die Mänglichen töten? Ja, ja. Das ist ja blöd. Aber die Weiblichen gehen halt leider mit. Weil irgendwie sind da immer ein Mann und zwei Frauen. Also. Entweder sind sie sehr glücklich oder... Nein. Das ist sehr traurig. Ich weiß nicht, ob es zwei Frauen nicht mehr so gut sind. Ich weiß nicht, ob es zwei Frauen nicht mehr so gut sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Geier ein, heute kommt schon wieder. Ich hab, ich hab da was ganz ungutes entdeckt. Ich weiß nicht. Ich hab einen gefunden. Mh... Hast mich schon wieder gefunden. Schau mal. Ufo. Wo mehr zu mir? Warte mal, ich muss da blindern. Ich werde mal in die Karten schauen, wo ist denn der? Ah weh. Ich hab's schon gesehen. Was ist denn da hinter mir? Alter. Ich roge! Du rogst das schon, ne? Jaja, ich mach den in der Wahl einmal. Ja. Ja. Wie kommt der halt weg? Mei, jetzt blindert er noch. Geh. Da. Ratatoui. Oh oh. Mir geht's nicht gut. Ja. Ist ich schon. Du bist vergiftet. Weiß ich nicht alles. Irgendwas. Die Farbe schaut nicht gut aus bei den Lämmspulken. Keine Angst. Ich mach das. Hilfe nicht. Ich hab's schon gerichtet. Wer ist denn, wer ist denn er? Was tut er denn? Ich bin unten. Ich bin unten. Der kommt und ist er nicht. Was war denn jetzt? Das muss ich mir mal anschauen. Oh oh. Kommst du auch? Ja. Wahrscheinlich. Warte ein bisschen. Das war nicht die Mission, glaube ich, oder? Nein, nein, nein.